That's My Jam ist eine Musikshow, in der wir oder die Kandidaten in zwei Teams spielen, in Team Bill und Team Tom, gegeneinander in vielen verrückten Spielen, die alle mit Musik zu tun haben, zum Beispiel Karaoke singen, aber auf bestimmte Weisen. Ich weiß immer noch nicht, wie man bei dieser Show gewinnen kann, aber ich freue mich richtig doll dabei zu sein und am besten seid ihr auch mit dabei und guckt euch das an und schaut, wie wir das Ganze hier machen. Untertitelung des ZDF, 2020